Eine Frau kam mir und erzählte, dass wir ihr alle fünf Kinder weggenommen haben. Sie wussten seit Jahrzehnten nicht, wo ihre Kinder singen. Ich konnte fast nicht glauben, dass so etwas möglich ist in der Schweiz. Ich lasse mir ihre Geschichte erzählen. Sie erzählte, dass sie fünf Kinder hat. Wir haben ihr alle fünf Kinder weggenommen, weil sie eine jenische sind. Man hat sie verfolgt. Die ältesten Kinder haben sie schon vor 20 Jahren verloren. Sie hatte nie Kontakt mit diesen Kindern. Das letzte Kind hat man ihr genommen. Sie ist im Wald geboren, in einem Zelt. Sie musste fliehen ständig von der Preventute. Man hat sie verhaftet, sozusagen festgenommen und das Kind auch. Und mit dem Zug in Tessin gebracht an ihren Heimatort. Und dort hat man sie ins Spital gelegt, die Brüste abgebunden und das Kind weggenommen. Und sie hat das Kind auch nie mehr gesehen. Das Programm von Kinder der Landstrasse war eigentlich, die jenische Lebensweise auszurotten. Es war ein rassistisch begründetes Programm. Man hat die jenische als minderwertig angeschaut. Man hatte auch entsprechende Studien, die sich auf das berufen hat. Und das wollte man austilgen, indem man die jenische Familie alle Kinder wegnimmt und sie in sogenanntes gesundes Erdreich verbringt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich bin zur Preventute. Die Preventute hat sich berufen auf Bundesgerichtsurteile. Dann habe ich mich gefragt, hat jetzt die Frau recht oder hat das Bundesgericht recht? Und dann habe ich entschieden, das Bundesgericht hat nicht recht. Es war unter dem Mantel Hilfe. Es gab ein Buch, ein Heftchen, Kinder der Landstrasse. Und die meisten Leute haben das geglaubt, was dort drin gestanden ist. Man nimmt die Kinder aus diesem Sumpf von Alkohol und von sexueller Verwahrlosung und menschlicher Verwahrlosung raus. Die Kinder kamen meistens nicht in ein gesundes Erdreich. Sie waren ein Verdienkind. Sie missbrauchten danach. Oder in ein Heim gelandet und später sogar in Gefängnis und psychiatrischen Anstalten. Man wusste aber nichts. Darum war auch die Entrüstung so gross zuerst, dass der Beobachter so etwas schreibt, das nicht stimmt. Und da hat es vor allem auch Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, die wollten das nicht wahrhaben und haben entrüstet und reagiert. Die Zürich-Zeitung hat einen grossen Artikel geschrieben, die Diffamierung einer Institution könnten wir machen. Es gab Tausende von Abstellungen. Nach der ersten Artikelserie, die unter dem Titel gelaufen ist, fahrende Mütter klagen an. Es kamen körpervolle Abstellungen. Ich weiss nicht mehr, ob es etwa 5'000 oder 7'000 oder 10'000 waren. Auf jeden Fall musste ich eines Tages zum Besitzer, zum Verleger, Dr. Raas. Und dann bin ich ins Büro gekommen und dann sagt der Raas zu mir, und wie geht es Ihnen, Herr Kaprez? Haben Sie ein bisschen geflattert? Bleiben Sie ganz ruhig? Das ziehen wir durch und wollen 50'000 Abos verlieren. Es hat mich bestärkt, dass man ja nicht zu fest glauben soll, was Behörden herausgeben. Also man soll sehr behördenkritisch sein. Diejenigen von heute sind Leute ohne Papier. Sans Papier. Da schaut man auch nicht her. Nicht gross. Und die Flüchtlinge, die vor dem Ausweis schon ausgewiesen werden sollten. Und der Staat ist heute so weit, dass er nicht selber für diese Leute schaut und selber die Verantwortung hat, sondern dass man das aussen gibt, an Firmen gibt. Die Flüchtlinge bewirtschaften und verdienen noch viel Geld dabei. Das ist dort, wo man heute anschauen müsste. ... ...